Thema Innovation. Innovation misst man immer an Patenten, weil das das Griffigste ist. Hier habe ich die Zahl europäischer Patente pro eine Million Einwohner über zehn Jahre. Also nicht eine Jahresbetrachtung, sondern einen langen Zeitraum. Die Schweiz ist ganz vorne, aber das hat zum Teil auch steuerliche Gründe. Wenn wir dann Deutschland sehen, mit Schweden und der Schweiz ganz vorne. Weit auch vor anderen europäischen Ländern, Frankreich, Italien, Großbritannien. Das heißt, wir sind nach wie vor extrem innovativ, gemessen an diesen Patenten. Pro Mitarbeiter sind die Hidden Champions weitaus besser. Hier haben wir die Zahl pro 1.000 Mitarbeiter. 31 Patente bei den Hidden Champions, sechs bei patentintensiven Großunternehmen. Und dann genauso interessant, dass die Kosten pro Patent bei den Hidden Champions weitaus geringer sind als in Großunternehmen. Man kann grob sagen, Großunternehmen werfen große Budgets auf F&E-Probleme. Hidden Champions setzen kleine, dedizierte Teams auf diese Probleme an. Und das reflektiert sich hier. Das ist eher von ganzeler machen.